Oh, ja, 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 liebe Freunde, willkommen zu ApeCramTV, ich bin mal wieder on the road mit Anton, da ist er, und wir sind hier in so einem HKX, das ist so eine, wow, wow, scheiße, oh mein Gott, oh, ah, 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 wir fahren gerade nach Hamburg und haben hier so ein mega Abteil, wo man sich so einfach hinlegen kann, aber wir haben die Befürchtung, dass hier noch Leute kommen und uns das wegnehmen werden, das bleibt sehr, sehr spannend, schauen wir noch einmal raus. nach Hamburg Ja, ja, was, nice Warte mal. Epicrime, ne? Ah, fast. Quatsch! Epicrime, ja. Wie realistisch ist das, dass uns das Abteil hier noch weggenommen wird? Unrealistisch. 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 Jetzt kommt wieder Jürgen. Alter, als der kam, schaute ich ja am Fenster. Ich hab die nicht gesehen. Wie lange war der da schon, man? Der war so ein paar Sekunden. Ja, ja. Ich stehe da noch so Spackstab, spuck da raus, dreh mich um. Ja, liebe Freunde. So ist das live. Wir filmen wieder weiter, wenn irgendwas passiert. Es geht so Ab. Okay, was auch gut. Shit, die haben jetzt schon schon geguckt. Tittin! Jo Leute, was geht? Wir chillen hier auf der Wiese mit Sammy. Das ist Sammy. Sammy, hier, guck mal. Guck mal hier. Boah, der geht richtig ab. Einfach so normal, oder was? Oh, hier, wir haben jetzt ein Battle. Wer ist schneller? Hedwig oder Sammy? Und dann noch Sammy. Akkuladen. Oh, shit, man. Hier steht Akkuladen. Er war vorhin schon. Sammy, komm her. Sammy. Absoluter Killer hier. Wir trainieren ihn. Ich glaube, irgendwann machen wir Geld mit Hunde rennen. Wir wetten auf dich, Sammy, ne? Ja, guck mal. Komm aus, aus. Wow, wow. Wow, wow. Ich hatte ja gerade so einen Trick, oder? Wie macht er diese Rolle? Ach so, warte, ich zeig dir. Platz, Sammy, Platz. Platz, Platz. Und Peng. Sammy, Platz. Platz, Platz, Platz. Platz, Platz. Und Peng. Nein. Ja, ja, mach nochmal. Und komm. Oh, warte, er muss eine Rolle schaffen. Halt mal dein Bein, damit er sich abstoßen kann, weißt du? Warte, warte, warte. Ja, ja, jetzt macht er, jetzt macht er. Oh, jetzt komm. Oh, shit, jetzt. Oh mein Gott. Ja, vorhin hat er so aus dem Stand zum Wurr gemacht. Ja, voll geil. Okay, wir spielen noch ein bisschen mit dem Hund. Freunde, ich hab's bis jetzt immer noch geschafft, ohne Akkuladen durchzukommen, aber man steht ja schon wieder Akkuladen da. Deshalb muss ich schnell sein. Das war's erst mal aus Hamburg, ich check auch mal, ob wir vielleicht zur alten Wohnung von uns noch fahren, in Jenfels oder Jentfeld, keine Ahnung, wie das heißen. Und da war so eine Tüte mit Zwiebeln, jetzt in so einer Tanne da verhangen. Und ich glaube, die könnte dann noch hängen, so nach vier Jahren. Wollt ihr checken, ob diese Tüte dann noch hängt. Peace, you boys.